Hallo und herzlich willkommen in meinem Dachbodenatelier. Wie ihr wisst, werden in den nächsten Wochen alle Einrichtungen geschlossen bleiben. Ich möchte trotzdem mit euch Kunstprojekte machen und werde auf diese Weise mit kleinen Kunsttutorials zu euch kommen. Ich werde dafür Materialien verwenden, die eigentlich jeder zu Hause hat oder die ihr leicht im Supermarkt bekommen könnt. Da es jetzt immer schwieriger wird, Freunde und Familie, zum Beispiel auch Großeltern, zu besuchen, möchte ich in einem ersten Projekt mit euch gemeinsam Grußkarten entwickeln. Auf diese Postkarten können dann gute Wünsche und positive Gedanken gemalt oder geschrieben werden und entweder per Post oder digital versendet werden. Ich werde mich so schnell wie möglich auf jeden Fall aber noch diese Woche mit dem ersten Clip bei euch melden. Per Facebook, Instagram, WhatsApp oder Mail. Bleibt gesund! Ich freue mich auf euch!